So, hallo dear Detradu-Friends, hallo liebe Detradu-Freunde. Sixth day of my training program, one year training program. Sechster Tag meines einjährigen Trainingsprogramms. Walking uphill again. Yeah, a bit longer than the first time. Ein bisschen länger heute bergauf. I feel some first benefits. I feel more energy, bodily energy. This is what it's about for me. And already it starts. That's a wonderful feeling. Almost unknown to me since so many years. Yeah, the first Ankündigungen from Erfolg come. I feel more energy, körperliche energy. Das fühlt sich richtig toll an nach so vielen Jahren. Some snow. Ja, es fühlt sich toll an. Und das ist, worum es mir ja geht bei dieser Art Training. Wieder Energie zu fühlen. To feel energy again. Is the name of the game. Darum geht's. While I'm walking here and come to this long stairway, I can talk about something. What happened today. Yeah, während ich hier so hoch laufe und zu dieser langen Treppe komme, kann ich über etwas sprechen, was heute passiert ist. He did not use the word illusion. He said fiction. Yeah, I agree a hundred percent. It is like so many things in life. A mind game. A trick of the mind. A fiction. Absolutely. Yeah. Er nannte es Fiktion. Und ich denke, wie so viele Dinge im Leben ist das tatsächlich ein Trick des Geistes. Eine Fiktion. Ein Luftgespenst. Ein Hirnding. Yeah, so I agree. Ich stimme absolut zu. I had the thought. The additional thought. Fictions can be powerful. Can even hold some magic. Ich hatte den zusätzlichen Gedanken. Fiktionen können kraftvoll sein. Sogar eine Art von Magie enthalten. Das ist eine der Dinge, die ich interessiert bin. Als ich ein Master geworden bin, zwei Jahre lang, habe ich in meinen Videos darüber gesagt, dass ich in meinen Videos darüber wissen möchte, was in dieser Box ist, wie es fühlt. Was macht das mit dem Menschen? Das macht das mit dem Menschen. Das macht das. Das macht das, was es macht mit dem Menschen. Und jetzt, wo ich meinen Weg zum Großmeisterbescheid anfange, denn da sind erste Funken von Erkenntnis, was in dieser Box drin sein könnte. Ich finde das absolut faszinierend und aufregend. Ich möchte über einen dieser Sparks sprechen. Ein paar Tage ago, ich hatte eine To-Do-Gruppe, eine Tuition, und wir haben über das, meine Studenten und ich. Wir waren vier Leute in dieser Runde. Und sie fragten mich Dinge und motivierten mich. Und sie gab mir Kraft und aufregende Worte. Und so ein paar Tage zuvor hatte ich eine To-Do-Gruppe. Die To-Do-Gruppe hier in Stuttgart unterrichtet. gute Freunde seit Jahren. Gute Freunde seit Jahren. So, jetzt dieser langen Stairway. Können wir das sehen? Okay. So, ja, wir haben darüber gesprochen, über diese ganze Meisterthematik. Sie stellten mir Fragen, sie gaben mir aufmunternde Worte. War toll. ein sehr erfreulicher Moment im Leben. A big moment in life. And the whole tuition atmosphere, the vibe was a bit different. More intense. Ja, die ganze Atmosphäre dieses Unterrichts war dann ein bisschen anders. Intensiver. Ich meine, bevor es war, es war mehr guter Freunde zusammen. Und sie haben einen guten Zeitpunkt. Und die Ditch spielen. Vorher war es so, dass gute Freunde sich treffen. Eine gute Zeit haben, das genießen und Ditch spielen. Es war das gleiche, aber... Es war wie... ein Train hinter mir. Ein Train mit mehr Kraft. So... Even more enjoyable. Ja... Es war schon dasselbe, wie immer, aber... Es war wie... wenn noch mehr Zug dahinter war. Ein Zug, der... noch mehr Kraft hat. Es war noch erfreulicher. So, I... loved this. If there is a... goal and a new purpose. Somehow inspiring to others. Wonderful. Also ich liebte das. Ich glaube auch... meine Schüler und Freunde. Wenn da plötzlich noch... ein Ziel dahinter, noch ein neues... ein größeres Ziel dahinter ist. Puh... Ich kann nicht sehen. Okay, besser als das. Oh, nice. Wenn ich... würde... wenn... ich... bin... Grand Master... würde ich sagen, dass... ein Aborigines... Aborigines... Ja... Natürlich. Ich habe keine Schmerzen. Ich fühle nichts falsch. Ich fühle mich nichts falsch. Wenn sie mich aufbauen... würde ich... würde ich... mit... 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 zur echten Aborigines... das sagen würde. Wenn ich sie mal sehen sollte. Ja, na klar. Wieso nicht? Ich habe ja... überhaupt nicht das Gefühl, etwas Falsches zu machen. Oder irgendeine Scham. Oder... irgendwas Negatives dabei. Ja... Entweder sie... prügeln mich grün und blau. Ich... glaube nicht, dass die Toleranz... allzu groß sein wird. Oh shit! Wow! Dass die Toleranz so groß sein würde. Auf der anderen Seite... vielleicht doch. Und... wenn sie mir ein bisschen Zeit geben, zu erklären, was ich da... erkläre... in diesen Videos hier... Dann... ist das vielleicht auch alles... okay. Weil sie erkennen... Der will uns ja gar nichts Böses. Und der hat ja... Respekt. And we are musicians after all. I do not claim to... understand... their ways... their ways... Ja, wir sind alle letztlich Musiker, ne? Und ich behaupte ja nicht, dass ich ihre... Kultur und ihre Wege verstehe. Und in irgendeiner Weise gar gefährde oder beschmutze. Und... so... I do not muck it up, what they feel and what they see. I see no problem, man. In all that. What you... use then your... I say title, I don't know how to say it differently. Honestly. For... Business purposes. Würdest du... Ich nenne es jetzt mal Titeln... Ermangelung eines anderen Ausdrucks. Titel dann nutzen für kommerzielle Zwecke. Yes, of course I would use... Oh shit. Ha ha ha. Slippery. I would use it. I'm a professional. I live... at least at a... good part from... making music, teaching, selling courses. And there will be more things. For example... Masterclasses. Or then, even better, Grand Masterclasses. And... other things I have in mind. For many years. In fact. Ja, natürlich werde ich das... auch im Business Sinne nutzen. Zum Beispiel für... Meisterklassen. Oder eben... Großmeisterklassen. Und andere Dinge, die mir seit vielen Jahren im Kopf rumschweben. Ich bin ein... Professional... ein professioneller... Musiker, Spieler. David Bowie said... in einem Interview... If you got it, use it. Right. If you're a professional... and you have to sustain a family with... this, so... why not? I have earned it. When I feel I have earned it, I... will use it, of course. so... yeah... I'm already... starting to feel... my energy... energy... and... I think my Yiraki playing comes... up nicely... it's already better... I can't wait... no... Das ist nicht so. Ja, ich bin echt erstaunt. Man denkt, dass ich absolut kalt bin und es unter 0 Grad ist und dass die ersten Töne bis abends. Ich bin echt erstaunt. Ich bin echt erstaunt. Ich bin echt erstaunt. Das macht mich jetzt echt zufrieden. Gut, gut. Meine Schultern haben wir getan nach dem ersten Gewichtstraining nach 18 Jahren. Also ich will es lieber ein bisschen schlauer angehen. Ich will es also schlau angehen und die Heilung erst ganz. werden lassen. Du weißt, was ich meine. If your shoulders do say no, you have a problem. So, better, better, careful. Wenn deine Schultern sagen, nee, dann hat man ein Problem. Also werde ich um dieses Training, äh, um das Problem herum trainieren. Du weißt, was ich gerade nicht mehr machen kann. Du weißt, was du weißt, was du weißt. better let the healing be completed first man muss auch auf seine sehnen aufpassen wenn die anfangen wir zu tun dann ist das alarm und man sollte die heilung auf jeden fall beenden weitermacht. I'm not filming every training session of course. Ich filme natürlich nicht jede Trainingseinheit. Who wants to see you for 365 days the same? Who will 365 Tage dasselbe sehen? 3. 4. 4. 5. 11. 14. 15. 20. 20. 21. 22. Ui, nach Training mit Gewichten fühlt sich das anders an. Das ist, warum ich hier bin, warum ich hier bin. Ich habe mich über die Style von meinen Push-Ups in der ersten Video von Push-Ups. Ich verstehe, dass es wirklich lustig und lustig ist und wunderschön und ich konnte nicht mehr machen. Und in eine schlechte Form. Was man nicht wissen, ist, dass jeder Repetition in meinem Schulz sehr schlecht war. Also war es, dass es so schlecht und schlecht gemacht wurde. Und es war, absolut. Und ich bin überrascht mit den Böden. Aber es war ein Start und das Start hurt. Ja. So, du kannst mich so gut wie du möchtest. Ich bin nicht in der Zeit, wirklich nicht. Ich bin mit dir, weil ich mit dir bin, wenn ich das sehe, es ist mehr als lustig. Aber ich habe eine Vision. strong vision and this is just the start what I see in 300 now 60 days or something is another thing yeah it hurts already yeah ich weiß wie blöd meine Liegestütze aussahen im letzten video wo ich die gemacht habe und da muss ich selber sehr lachen wenn ich das gesehen habe wie ich die gemacht habe aber was du nicht weißt jeder einzelne Liegestütz sogar in dieser unmöglichen Form ausgeführt hat in den Schultern echt weh getan so that's why I'm not trending shoulders today want to give them more time to heal still hurts the shoulders ja die Schultern jetzt kaputt zu machen wäre ziemlich doof I hope I enjoy this here absolutely aber ich liebe das ja auch wirklich ich I 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 Das war's. Es geht immer noch um Stresstoleranz und Geschwindigkeitsausdauer. Besser nicht die Rückseite der Schultern. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020